Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Odo Sendaidukai und in diesem Video will ich dir zeigen, wie du ganz schnell viele verschiedene Riser in Surge XT bauen kannst. Dann legen wir mal los. So, hier eine schnelle Methode, wie du mit dem Surge XT einen Riser erstellen kannst. Die Wahl des Oszillators ist komplett egal, weil wir die im Mixer stumm schalten. Im Mixer selbst ist auf der rechten Seite der Schieberegler für den integrierten Noise-Oszillator. Dann legen wir einen Eintakt langen Clip mit einer fast so langen Note wie der Clip an. Erkläre ich gleich, was ich damit meine, warum ich das tue. Die Tonhöhe ist dabei komplett egal, da es sich ja um Noise handelt und Noise keine bestimmte Tonhöhe hat, sondern das komplette Frequenzspektrum mit einer bestimmten Frequenzgewichtung oder auch Tilt genannt darstellt. Das oder der Tilt besagt zum Beispiel, ob tiefe oder hohe Frequenzen geboostet oder abgesenkt werden oder ob alle Frequenzen gleich laut sind. Zu diesem Thema kannst du dir dieses United Colors of Rauschen Video von mir anschauen mit dem Titel Musik Noise – Pink, White, Brown, Red, Blue, Violet, Gray. In Surge XT gibt es einen Schieberegler, mit dem du diese Balance bzw. der Tilt und die Gewichtung von tiefen Frequenzen auf hohe Frequenzen verschoben werden. Grob gesagt, von Pink nach White Noise und höher. Dazu müssen wir uns jetzt nur noch entscheiden, ob wir ein Mono oder ein Stereo Riser haben wollen. Das kann ich hier auf dem Noise Colorschieberegler mit einem Rechtsklick einstellen und ich entscheide mich jetzt für Stereo. Je nachdem, welchen Effekt ich erzielen möchte, kann ich natürlich auch mit Mono anfangen. Der Clip ist erstellt und die fast so lange Note auch. Und jetzt kommt ein kleiner Workflow-Tipp. Die Note ist deshalb fast so lang, weil ich innerhalb des Clips die Automation wieder neutralisieren kann. Der Endwert entspricht dem Startwert. Diese in sich abgeschlossene Automation, also der Startwert ist auch der Endwert, hat zwei große Vorteile. Zum einen kann ich den Clip hin und her schieben und es entstehen rechts und links des Clips keine merkwürdigen Automationsübergänge oder Automationsartefakte. Und zum anderen reagieren manche Plugins etwas träge und erzeugen je nachdem kleine und ungewollte Klicken-Knack-Geräusche. Bitte knacken Sie meine Synapsen. Also erstelle ich die Automation entsprechend. Je nachdem, wo ich den Startwert des Noise setze und wie er einsetzen soll, kann ich hier rechts mit dem Amp oder Volume Attack einen sanften oder harten Beginn des Sounds definieren. So, und fertig wäre ein einfacher Stereo-Riser. Ohne diese vielen Erklärungen ist so ein Riser innerhalb von 30 Sekunden erstellt. Jetzt können wir aber noch einen Schritt weiter gehen und noch ein wenig mehr Effekt in den Riser bringen. Dazu verlängere ich gleich mal den Clip um einen weiteren Takt, weil ich noch weitere Automationen für die folgenden Effekte hinzufügen möchte. Und zwar Mono, einen Rotary, Ping-Pong-Delay, Reverb und Bit-Crusher. Der Mono-Effekt. Ich kann von Mono nach Stereo oder von Stereo nach Mono gehen, je nachdem, ob ich mit dem Riser eine eher enge, eindimensionale und druckvolle, also Mono, oder eine eher weite, dreidimensionale und flächigere Stimmung, also Stereo, erzeugen will. Ich mache das hier mal von Stereo nach Mono. Dazu greife ich mir den Surge XT-Schieberegler oben rechts im Scene-Output, erstelle eine eintakte, lange Automation und fertig ist der Effekt. Der Rotary-Effekt. Der Rotary-Effekt ist eine Nachahmung der sich drehenden Leslie-Boxen bei den alten Hammond-Orgeln, das nicht zu verwechseln mit einem Rechts-Links-Panning. Dazu wähle ich in der Effekt-Sektion bei der Szene A ein Kästchen, mit Klick auf die rechte Maustaste, den Rotary-Speaker und dann Slow aus und schiebe dann an der Horn-Rate hier unten rum, bis ich eine geeignete Geschwindigkeit gefunden habe. Natürlich kann ich auch die Horn-Rate automatisieren, um die Bewegung langsamer oder schneller zu machen. Mach das mal von langsam nach sehr schnell. So, erstmal diesen Effekt deaktivieren, mit einem Doppelklick und zum nächsten Effekt. Das Ping-Pong-Delay. Ich wähle jetzt ein zweites Kästchen für die Szene A in der Effekt-Sektion aus und wähle Delay, Ping-Pong ein Sechzehntel. Als erstes stelle ich den Mix-Schieberegler ganz unten auf maximal 50% zurück. Dann drehe ich weiter oben bei der Delay-Time den Left-Schieberegler hin und her, bis ich was Interessantes gefunden habe. Das war's auch schon. Je nachdem, ob ich von Mono nach Stereo oder Stereo nach Mono fahre, kann ich natürlich auch den Delay-Mix-Regler automatisieren. Allerdings, hier sollte ich dann den zweiten Takt des Clips nutzen, um beim Öffnen des Effekts, also von 0 Richtung 50 oder mehr, genügend Zeit zu haben, dass der Effekt auch wirklich nachklingen und ich ihn wieder auf den Anfangswert zurückstellen kann. So, diesen Effekt auch wieder mit dem Doppelklick auf das Kästchen deaktivieren. Das Reverb. Das Reverb kann ich ähnlich dem Ping-Pong-Delay konfigurieren. Ich wähle mal den Reverb 2 Deep Ambient Reverb und verändere ein paar Parameter wie Decay-Time, Dry-Wet-Mix und sowas, bis der Effekt so klingt, wie ich es möchte. Und auch hier kann je nach gewollter Stimmung der Mix-Regler automatisiert werden. Der Bitcrusher Bei Airwindows gibt es unter Lo-Fi den D-Reds Bitcrusher, mit dem der Sound wunderbar zerstört werden kann. Aber aufpassen, das kann schnell mal etwas eskalieren. Sample Rate, Resolution und Mix sind dein Freund. Auch hier ist eine Automatisierung wieder sehr wirkungsvoll. So, und schließlich können alle diese und noch mehr Effekte miteinander unterschiedlichst kombiniert werden, sodass du innerhalb 2 Minuten einen Riser aus 1001er-Schatzkiste zusammengebaut hast. Ach ja, du kannst das alles auch mit den Modulatoren von Search XT oder wenn du Bitwig nutzt, auch mit dessen Modulatoren machen. Aber ehrlich gesagt, für so einen Riser sind Automationen schneller und einfacher erstellt. Wenn du dir natürlich ein Preset bauen möchtest, dann macht es natürlich mehr Sinn, die Modulatoren von Search XT oder auch Bitwig zu nutzen. So, und das war es auch schon wieder. Mein Name ist Udo Sendai-Dukai. Danke für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit. Und ich hoffe, dich im nächsten Video wiederzusehen. Bleib gesund und rette die Zukunft. Mach's gut. Bis dann. Ciao, ciao. 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 Ciao.